Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Link to the Past. Äh, ja, ich war lange weg und ich wollte eigentlich immer noch ein bisschen länger wegbleiben. Und zwar aus dem Grund, vielleicht hat man es schon, mein Mikro ist, äh, ja, wie soll man das sagen, schon ziemlich scheiße. Und, ja, ich kann das ja auch hier kurz mal vergleichen. Ich blende hier einfach mal kurz ein, wie ich, keine Ahnung, wie am letzten Video klang mit guter Mikrofonqualität. Ich verhält mich zu meines Channels richtig viel. Und, äh, da hat... Und, äh, ja, daran sieht man auch schon, dass es echt nicht gerade sich gut anhört, das neue Headset. Und ich muss gerade mal wieder, äh, die Tasten hier kommen, bevor ich hier wieder anfangen kann, richtig zu kommentieren. Gott, keine Ahnung, wie gingen nochmal die Tasten hier? Äh, ah, okay. Ich habe gerade im Moment keine Ahnung, ob ich den Boss hier gemacht habe. Deswegen probiere ich es, gucke ich jetzt erstmal mal nach. Ich bin mir nämlich echt nicht mehr sicher. Ich bin mir nämlich echt nicht mehr sicher. So, habe ich den? Ich habe den schon gemacht. Okay, es wird total unnötig für mich hier hinzulaufen. Okay. Wir brauchen jetzt... Nein, das ist das Eventual, wo war nochmal die Map? Hier. So, wir brauchen noch das Master Sword und das Ding da oben. So, wie es aussieht, also holen wir uns erstmal das Amulett Performance Master Sword holen, würde ich sagen. So, wie es aussieht, also holen wir uns erstmal das Amulett Performance Master Sword holen, würde ich sagen. Das Amulett, das Amulett, amulett, amulett. Huhhuhuh. Huhhuhuhuhu. Huhhuhuhuhuhu. Huhhuhuhuhuhu. Alles klar Jungs. Es sieht wohl aus der Trimment. Doch, zuerst das Mastersort, aber ja... Soll ja nicht so weiter schlimm sein. Mastersort ist immerhin auch nicht schlecht. Pfeilung. Warte, ich hab vergessen, die Dinger konnten wir nicht hören, ne? Doch, aber nur, glaub ich, mit Verkampf. Hello? Hä? Du? Was hast du hier zu suchen? Dies ist das Versteck unserer Dieb... unserer Diebeshande. Bande? Oh, ja, okay. Schlauer Junge. Ohne Erlaubnis kannst du hier nicht einfach rein spazieren. Ähm... Ach, passt schon nicht rein. Digge, der hat nichts gemacht, da ist nichts drin, Mann. Lügner. Okay, ähm... The fuck, was für ein Baster bist du denn? Digge, ich ruf die Cops. Alles klar, Digge, ich hab einen verfaulten Pilz. Und irgendjemand will den haben, wahrscheinlich... Gab's hier in dem Teil? Warte, ich hab's vergessen. Fuck. Muss es doch auch eine Hexe gegeben haben. Die, die einen Scheiß haben will. Ja, Mann. Das sieht richtig aus. Hello, Master Sorter bin ich. Ah, äh, Items, äh, äh, hier. Buch. Wenn die grobe Zerstörung naht, wird ein Held kommen. Die drei Amulette der Tugend. Ah, fuck, stimmt. Man muss ja... Ach, ein Scheat. Ich wusste, es gibt hier noch die Hexe. Ich wusste es, Mann. Ich hab's nicht vergessen. Hier gibt es eine. So, Mann. Time to go in the Magie Shop. Oh, Digge, das ist... Das ist gut. Ich nehme... Ach, stimmt. Scheiße, das war ja... Ah, fuck. Ach, stimmt. 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 Untertitelung des ZDF, 2020